ja und von daher also ähm ich schicke warte ich schicke dir das nochmal ähm weißt du was denn ähm den Screenshot von vom ja ja ok wir können es dann zusammen nee Leak wird es auf meinem Kanal erstmal nicht geben aber es liegt nicht an euch sondern an den Geist hier drin so ähm ja wir hatten gerade schon jede Menge Spaß im Game wir haben es gedacht wir hatten aber mehr Spaß im letzten Chat ja Junge wir müssen eigentlich immer nur über Level 3 kommen weil ab da hab ich schon warte mal 20% mehr Tag Speed meistens auch schon äh durch das ist wirklich abfotografiert natürlich it's not comic it's manga it's not comic war ja so witzig it's not comic it's not comic die Diana wird auf jeden Fall ein bisschen ähm besonders behandelt weil aber it's not comic ist ja Evelyn gewesen ach so ok Evelyn ist jetzt Evelyn wollte ja Mitte und wir haben beide Ja gesagt obwohl wir gar nicht Mitte sind ok Evelyn wird jetzt hier mit besonderer Vorsicht behandelt weil die glaube ich ein sehr schwaches Gemüt hat naja sounds worthiest can often be found on the city's Promenade level which intersects with Peltower lowest regions if a player stands out honor them after the game ja ich denke mal das wird ich wohl wieder sein wie im letzten Game beispielsweise aber da haben wir ja den Ringer gehonored stimmt da war der Ringer ja so gut ohne Ringer hätten wir nichts geschafft ohne Ringer hätten wir das Spiel leider von mir wir haben ihn ja nicht mal geflamed also wir haben ihn ja nicht mal geflamed weil er für äh weil er schlecht ist oder so ne ne oder was er meinte ja wir hätten ihn geflamed weil er gefragt hat hier I need help please ja genau you need to help me bro und du hast dann geschrieben ja komm lass dem Nasus mal seinen Spaß der wird schon seine ha 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 Gründe haben genau und ich hab nichts geschrieben so am Ende so I'm mute muted Ringer so weil er hat einfach nicht alle sofort triggert weil er hat einfach nicht aufgehört dazu schreiben er hat halt die ganze Zeit die Leute durchbeleidigt und dann sagt er what lame blames flames me because I need help das war einfach überhaupt nicht das Thema er hat sich dann selbst zitiert er hat gesagt I just wrote äh retard help me weil jetzt er hat sogar in dem Zitat die Beleidigung mit eingebracht und fragt sich dann warum wir das komisch fanden ist der Chat beim Replay auch noch mit drauf ich weiß es nicht kann ich ehrlich sagen kann gut sein egal Junge es gibt viele das Game mussten wir sowieso nochmal angucken er hat dann geschrieben von wegen äh meine meine Botlane denkt dass sie dass sie gut sind äh vergibt vergift vergift them so weißt du zwei Minuten später Annie Pentakill ich mach einfach Pentakill so push den Inhip ja und also Annie macht einfach so aus dem Nichts Pentakill ja keine Ahnung also ohne meine Hilfen ich hab auch nur wir haben ein Botlane komplett rasiert und standen einfach wir standen am Anfang im Inhip Turret hatte ich 0-2 dann stand ich irgendwann 6-3 und dann hatte ich irgendwann kein Wort mehr wir standen halt dann irgendwann bei denen am Inhip Turret während die da zu dritt Mitte gechillt haben oder so wir haben einfach durchgepusht und jeden getötet der uns in den Weg kam so wie man das auch im zweiten Highlight Video gesehen hat beispielsweise beispielsweise genau was machen wir auf wen gehen wir auf Kate würde ich vorstellen oder ja erst mal nochmal erzielt holy shit alter Tarn was machen wir mit denen ich glaube das darfst du nicht zeigen das wird wahrscheinlich verboten auch noch unfreiwillig warte warte die haben wir auch noch okay Alter du bist es einfach was das dürfen wir glaube ich nicht zeigen aufs Video oh der warf Afka naja dann jetzt jedenfalls zurück zu ner Runde League Tarn ich habe Spaß hier heute Nacht mal wieder wir müssen flashen müssen flashblatt werden und wer gerade auch Alter ist auch aber stimmt noch ob es jetzt habe ich mich auch was gilt naja hier ist der hat noch ich neid habe ich nicht nicht bedacht dass der da drin ist scheiße da weiß ich nicht was mich geritten hat sich den kopf in sand setzen sag ich immer ich nie gehört dass du das jemals gesagt hast sag das was dinge ist ganz gut klar ok ok steht 0 3 denk ich selber ja aber egal wie ich steht jetzt mal reinscheißen und jetzt müssen wir mal zurückkommen in die late mach gar nicht 0 3 4 3 aber ist auch wieder wahr aber das wissen die leute ja nicht stop int oh jonge ich mute die sofort alter ok thrash ist top lane sehe ich das richtig hier du hast flash benutze ihn ich weiß was ich flash habe hast du eine stun card ich hab gerade eine rote card hier gemacht und wir schneller pushen wollen wir diven ja können wir machen thank you einfach weil der support hochrode was kann ich denn dafür wollen wir diven ist die frage ja ich hab es auf tower gemacht ich habe es auf einen tower gemacht nicht dass man auch wenn man mal ein schlechtes spiel hat dann einfach direkt report die drei man ulti an alter lass sie einfach gleich weg stoppen lass einfach jetzt ganz ruhig ja sicher ich hab gerade eine flash ult auf drei leute gesetzt trotzdem trotzdem ich habe sie gerade gesaved sie hatte 100 hp ich bleiben die wave noch und dann gehen wir base ich hab euch 1300 dann dumm ey machen mein game wenn du wegkommst ist krass vor allem du hast noch ult wenn du dich in irgendein bus stellen kannst und dann einfach instant weg ult ist zahle du bist so krass ne und wer jetzt gecallt der nico ja klar aber ich hab mich auch drauf geachtet aber ich war nochmal auch schon gebt aber ich verstehe auch nicht warum man durchgehend sowas reinschreibt also selbst wenn wir reporter bewähren also sind wir auch also ich auf jeden fall ähm dann ähm warum schreibt man dann rein ähm das so oft hab ich mir jetzt auch schon seit keine ahnung zehn minuten nicht mehr gestorben ich stell mir im minuten-takt die fiora geht rein äh ok kopfhörer gibt gas ja frage den die sich auch mal der kill ist so ja drake ist ab Jetzt mutieren wir die halt auseinander einfach. Ich krieg da halt, ah ne. Naja, jetzt darf ich hier rüber, komm. Ah, da krieg ich ja wenigstens nötig. Für den Break, ja. Jaja. So, machen wir. Vision Score, einfach mal wieder komplett pie. Ja, Aatrox, würde ich mal sagen. Nice, halt, ein Kill. Nee. Ich brauch einfach nur meinen Kill. Also, ich hab den halt gestanden. Hier ist niemand. Achtung, einfach raus. Ach so, ja. Ich bin unterwegs. Meines Dank hat es irgendwie abgelaufen. Wer sagt, ich würde das mal. Meiner. Na gut, na gut, na gut. Na gut, na gut. Oh, ich hab's wie in Stacks. Geil. Alter, als ob meine Bestellung jetzt schon geliefert wurde, alter. Oder Neuigkeiten zu ihrer Bestellung weiß wahrscheinlich jetzt gerade auch aus dem Lager rausgekommen. Ist halt vor 9 Uhr erst bestellt. Und jetzt 1 Uhr. Ja, 2 Uhr. Was ist denn für eine Bestellung? Für die Bücher. Ach so, die Bücher. Ja. Die Bestellung, die kommen morgen schon. Die Essensbestellung. Morgen kommt endlich mal ein Cheeseburger. Ja komm. Guck mal, wie die Flex mit ihrem Gold. Ja, ich kaufe aber nichts. Jungs, assemble. Der ist unter Kontrolle. Ich hab' dir geholfen. Da haben wir einen Kill genommen. Ich feier das. Hier kann ich nicht bleiben. Ja, Major ist, da ist er wieder. Ich mach' mal Grump, während du noch mit willst. Kommst du Varus zu killen mit mir? Ja. Ich weiter den Busch und Slasher auch. Und leid's schon mal aus. Hitter aus, hitter aus, hitter aus. Varus? Ja. Boah, bot lane, please record. Hm. Ich bin aus 0546 geworden. Immerhin, ne? Also es gibt ja Leute, die werden aus 05, dann 011, ne? Ja. In dem Sinne. Was er das ja immer will. Ja. Lol. Lauf einfach, lauf einfach, lauf einfach. Ja. Ich hab' dich schneller gemacht. Ich hab' dich schneller gemacht. Ja, ich hab' das auch. Können wir noch gehen? Wir können nicht turnen. Oh. Okay. Warte, warte, warte. Einfach ein bisschen Zeit raus, ein bisschen Zeit rausholen. Ich hab' hier, ich hab' hier noch. Ja. Zeit rausholen, Junge. Was verstehst du daran nicht? Ja, wir können den Baruch hören. Ja, aber ich wollt' noch einen Timmerz haben, dann wär' ich wieder gewesen. Ja, da guckt ja keinen. Weißt du so. Weißt du, Tarn sagt nur, ja, ich hör' jetzt mal auf dich. Mal gucken, was das bringt und geht wieder alleine. Ja, in dem Fall hatte ich ja recht. Nee. Das war unnötig close. Da lässt sich halt auch von jeder Scheiße hooken. Aber, naja. Ich? Ja. Es geht für ihr da einfach rein. Guck ich mir nicht an. Also doch, ich guck's mir an. Aber mehr auch nicht. Hm. Ich kaufe aber nichts. Alter, Junge. 2,07 mit Tag-Speed, Minute 25, das ist einfach echt nass. Alter, Diana, bist du eigentlich komplett geistig beschränkt? Give me an Goldenulu fürstrom. Hu-hohl mal den Drake, alter. Der Drake's chillt an der Base. Der Seeders chillt in der Base. Also ihr müsst' das machen. Iiii invest' das. Mach ich mal ja. Ach, das war'w aber schwierig. Ah, ich hol' mal ein Red Dumpf. So, 444 AP. Ehm... Einfach mal Toppengehen gehen. Mach' ihr da unten eigentlich Tarn. Na egal. ...olin doch. Easy. easy ich hab das erstmal möglich gemacht einmal dreht er hier auf, steht noch positiv ich geh doch nicht negativ für was please for help aber bringt mir jetzt critical strike noch was? ja on hit damage ach so das ist dann on hit damage je mehr critical strike chance du hast desto mehr ja on hit skippen alter jo hast du das gesehen? ja hab ich konnte aber jetzt nicht so auslassen tja war ich wohl leider einfach zu schlecht hm hm loltan schreit du das noch gern rap solo hm guck mal die statistik an danke kriegst du auch zurück ach so ich muss ich muss den erstmal haben um den ja 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 ich muss mal den damage gerufen an ja das dachte ich mir doch fast das hab ich mir das vorgestellt ja und ich war halt auch recht lange behind ich bin viele fighter von als am evelyn so bp all ja weißt du die fiora die mochte ich ja die fiora hat gut gespielt gut gespielt und die hat auch nicht geflamed nicht mal am anfang ja das machen wir nächstes mal alles klar wenn es wieder heißt dann würde ich sagen leagui auf legends freundliches tschau in die runde ja tschau und danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal auch rein tschüss